Eine meiner Lieblingssendungen ist, Achtung Nerd-Alarm, das geopolitische Magazin mit offenen Karten auf Arte. Der leider vor kurzem verstorbene Jean-Christophe Victor verstand es meisterhaft, anhand von Weltkarten die Interessen und Sichtweisen der Staaten und Mächtigen darzulegen. Das geopolitische Gebilde namens EU wird einerseits als geopolitischer Rivale, andererseits als wirtschaftlicher, aber auch als kultureller Partner angesehen. Denn die russischen Eliten träumen immer noch von Europa. Obwohl die Sendung total altmodisch gemacht ist und gerne mal an langweiligen Erdkundeunterricht erinnert, ist sie besonders, weil sie viel mehr als Nachrichten oder Dokus versucht, wirklich objektiv zu informieren. Was natürlich auch sehr an den Karten liegt, die einen glauben lassen, man blicke distanziert von oben herab auf ein Phänomen. Aber können Karten auch lügen? Traue keiner Karte, die du nicht selbst gefälscht hast, dachten sich wohl die Kollegen von Übermedien und haben sich mal die berühmte, berüchtete Einzelfall-Map angeschaut, die auf diversen rechten Blogs und Seiten verlinkt ist und fanden dabei massig Fehler, willkürliche Auswahlkriterien und Ungereimtheiten. Ihr Fazit? Die Einzelfall-Map bietet keinen objektiven Überblick über Ausländerkriminalität, sondern eine tendenziös kuratierte, unsauber recherchierte und auf bloße Masse abzielende Sammlung von Verdächtigungen. Ein paar Beispiele dafür. Die Karte will Übergriffe von Flüchtlingen und Migranten aufzeigen und die Macher nutzen dafür Polizei- und Pressemeldungen und sagen, es muss eindeutige Hinweise geben, dass es sich auch wirklich um einen Migranten handelt. Übermedien hat jetzt 600 Fälle untersucht und bei zwei Drittel dieser Fälle gab es keinen eindeutigen Hinweis. Denn Hinweise wie, die Täter hatten einen dunklen Teint oder sahen südländisch aus, sind halt nicht eindeutig. Darunter fallen ebenso Italiener, Spanier, Rumänen, deutsche Türken oder halt generell viele Deutsche mit ausländischen Wurzeln. Die Polizei hat bundesweit keine gleiche Definition von südländischem Aussehen, was die Macher aber eh nicht interessiert. So haben es in die Einzelfall-Map Meldungen geschafft, wo die Täter mal als osteuropäisch, orientalisch, vorderasiatisch oder einfach nur als ausländisch beschrieben wurden. Dann wiederum gibt es Meldungen, die gar keine Straftaten sind, wie zum Beispiel Betteln. Und einige Meldungen sind längst überholt, werden aber nicht mehr aktualisiert. Erwiesenermaßen erfundene Vergewaltigungen oder andere falsche Vorwürfe, für die es auch offizielle Updates in den Polizeimeldungen gibt. Für alle Kritikpunkte gibt über Medien umfangreiche Beispiele und konfrontierte die Macher der Karte auch damit, die sich aber in Schweigen hüllen. Die Fragen seien zu tendenziös. Kurz gesagt, aus den Berichten zu schließen, dass alle Täter Migranten sind, ist ähnlich absurd, wie alle Polizeimeldungen sammeln, in denen laut Aussagen der Opfer die Täter eine Glatze hatten und sagen, das sind alles Beweise für Nazikriminalität. Fürs Protokoll vergleicht man die offiziellen Zahlen aus dem BKA-Bericht mit der Karte, sieht man, dass nur ein geringer Teil der Straftaten überhaupt erfasst werden. Es geht mir also nicht darum zu sagen, dass Flüchtlinge keine Straftaten begehen oder so. Was aber klar sein sollte ist, dass diese Karte nicht nur vom sarkastischen Namen her, sondern auch von der Machart eine klare Intention hat, Angst schüren und Stimmung machen. Wenn ihr also, liebe Migrationskritiker, seriös über Ausländerkriminalität reden wollt, dann kommt mir mit Statistiken, Durchschnittswerten und Analysen. Aber nicht mit so einem Scheiß hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017